So, da sind wir bei MeinMafia, mit Basti. Auf der Map China Land, glaub ich. Ja. Ja. Oh, geil, Eisenschwert. Oh, geil, Holzschwert. Oh, geil. Ja, ich hab eins gefunden, mein ich. Ja, ich hab gar nichts gefunden. Ich geh' mal ins obere Geschoss von irgendeinem Haus und da bin ich dann erstmal sicher. Hier wär' natürlich Mafioso nice. Oh, mein Alter, ich schwör', ich hab' keinen Bock mehr. Immer hab' ich aufzuschauen. So schlimm und wette Kampfmann, killt mich gleich. Kampfmann, klar? Ach, das war so'n Typ, der rennt grad' hinter mir her, glaub ich. Dann töt' ihn einfach. Nein, ich möchte nicht noch mehr Karma verlieren. Schau, ich hab' jetzt irgendwie schon heute 80 Karma verloren wegen dem Scheiß. Au, ich hätt' gehauen, ey. Von wem? Keine Ahnung. Arm Tester. Flo, warum rennst du weg? Ja, weil die mich hauen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Ey, der eine haut mich. Verpiss dich. Iron Attack. Das ist der Kampfmann, der haut mich auch. Ich trau' dem Typen hier nicht. Aber der hat mich noch nicht angegriffen, aber ich glaub' nicht, dass... LOL, der... Alter, was ist das für ein... Kack-Kommissar, der hat grad' jemanden im Traitor-Tester gekillt. Jetzt geht da selbst noch rein. Was für ein Arschloch. WTF? Sondern mit Kampfmann. Lebst du noch? Ja. Sehr schön. Okay, ähm, es kann... X-Fire Cube, der Typ. Ja, 20 kann man für ein Mafioso. Ja, gut. Der letzte noch ohne ist, außer uns, der muss es sein. Oh, Mann, ich F. Mann, ich F. Du bist so ein Arschloch, ich wusste es doch. Ach ja. Hä, was ist Kampfmann für ein Lappen? Du bist ein Traitor, du Arsch. Ja, hier mit dem... Mit dem Kommissar-Frostpanzer hier. Was, es gibt noch einen? Ja, ach nee. Wer? Nicht Kampfmann, oder? Ähm, weiß ich nicht. Das ist nicht Kampfmann, ich glaub dir nicht, wenn du's sagst. Mannic F. ist es. Wo ist Mannic F.? Der ist mir ganz am Anfang noch entgegengerannt. Tja, also ich würd ja... Ich weiß ja nicht, ne? Ich glaub, der ist oben in diesem einen Haus da drin. Ich weiß ja nicht. Aber eigentlich sind ja beide hinter dir am Spawn, aber... Was? Was? Nicht wirklich. Oh, fuck. Achtung, Kampfmann, bring dich in Sicherheit. Da unten kommt Mannic F. an. Nein! Sorry, Kampfmann. Wasti, soll ich das aufklären? Von mir aus, wenn du möchtest. Ich will nicht, dass du nochmal 20 Karma verlierst. Ja, ja, ja. Deswegen hast du mich dann... Mannic F. ist... Lieb. Kampfmann ist böse. Wirklich? Das hättest du mir auch früher sagen können, bevor ich ihn aber... Ich hab gesagt... Hey, Kampfmann ist doch auch so ein Typ, der einen Traitor ankillt, obwohl er einen Traitor ist oder was. Ja, er hat mich angegriffen. Lol, was ist das bitte für ein... Panswurst? Ja, ich lad die Aufnahme hoch, weil ich dich gut getrollt hab. Ja, ich lad die Aufnahme auch hoch, weil ich gewonnen hab. Wir machen einfach beide Bilder nebeneinander. Jo. Oh, das ist... Och, komm, was für ein Lappen ist dieser Kampfmann. Wegen ihm hab ich Mannic F. gekillt. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Ciao, ciao. So. Hallo. Willkommen zu einer letzten Runde MeinMafia. Und ich bin höher als Basti. Und ich erwarte ehrlich gesagt, dass diese Runde perfekt laufen wird, weil ich ansonsten den Glauben an MeinMafia und an GOMHD-Server verlieren werde. Nur weil du so schlecht bist und dich von mir verraten lässt? Nein, weil wir uns gerade eben bekriegt haben und das ist alles deine Schuld gewesen. Und dann bin ich gestorben und das war auch deine Schuld. Alles ist deine Schuld. Ich hab nicht mal Traitor, äh, ich hab nicht, ich sag jetzt immer Traitor, ist mir egal. Der Traitor ist eigentlich auch hier der Trouble MeinMafia, Begriff und Trouble MeinMafia war als erstes da. Deswegen sag ich auch immer Traitor. Ich hab früher immer so viel Trouble MeinMafia gezockt, dass ich mich nicht mehr abgewöhnen kann. Ich hab's nie gespielt. Also kaum. 500 Punkte, junger Mann kam nie mit irgendeinem Freund in ein Spiel rein. Dann hast du schon zu spät gespielt. Früher gab's immer ein gutes Server, da kam man noch gut überrein. Nein, ich bin Meiner. Der Kommissar hat mich super, dankeschön, Arschloch. Alle killen mich. Cool, danke. Ja, ich renne grad schon weg und geh zum Tester. Wahrscheinlich wär ich trotzdem gleichgekühlt. Von irgendeinem vollwitzigen Kommissar, der hier wieder random rumkühlt. Wie viel Leben hast du? Das ist übrigens nicht gesagt, dass du nicht Traitor bist. Ich hab so gleich, ich bin Meiner. Ich bin sogar bei der Tester. Das glaub ich dir nicht. Ähm, ich hab ihn auch fast voll. Oh cool, der Meiner, äh, der Mafia hat glaub ich gerade eben jemanden getötet. So ist das doch schön. Ich hasse solche Töten, die, äh, scheiße. Au, scheiß Random Killer, nerv mich nicht. Hat er dich jetzt auch angegriffen? Ja, ich renne grad weg, ich hab keinen Bock zu sterben. Ich trau dir nicht. Aha, aha, du bist ein Traitor, äh, du bist Mafioso. Willst du, wollen wir wieder aus dem Gegenteil verkriegen? Du bist Mafioso, ich weiß es. Und jetzt haben die Mongos mich auch noch gekillt. Ach ja, das war übrigens mein Mafioso-Freund. Ach Gott, fick dich, ich wusste es, du, vor allem als du da mit deinem scheiß Bogen da drauf gezielt hast. Und vor allem ohne, dass es irgendwer bemerkt sind, die alle zu dumm dazu. Okay, doch, sie haben's bemerkt, glaub ich. Ne, die verfolgen den, ja, ich lebe noch, ich bin Herr Barbo. Oh Gott, wie scheiße ist das bitte? Vor allem, ich will doch nur eine ordentliche Runde haben, wo ich nicht sofort sterbe. Das ist so dumm. Jetzt muss ich noch mal eine Runde spielen. Das Spiel verleitet mich dazu. Nein. Ich beendet hier mal die Aufnahme an der Stelle. Ich hab schon zwei Kommissare getötet, ich bin der Barbo. Du stützt schon nicht endlich. Freck. Gut, wenn jetzt zieht du das. Wer kann die seien es? Haha. Oh, da hat ja auch nur herzlichen Schieben. Ja, Fragezeichen? Er ist so dumm, er dachte, er kann, wenn er tot ist, im Chat schreiben. Okay. Dann, ciao, Leute. So, da sind wir wieder bei MeinMafia, wieder mit Basti. Jo, hallo. Nach der letzten Runde, wo ich den einzigen überlebenden, unschuldigen Mannic F getötet habe. Alles nur Flo's Schuld. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie auch. Die ist voll dämlich. Ich hab erstmal zwei Leute... Was, warum kann ich die nicht einsperren? Oh, ich habe das Gefühl, dass, wenn ich hier oben jetzt... Warum bist du nicht Mafios und du Arsch? Oh, gewesen. Das bin ich schon meiner. Und du bist kommst du, Alter. Ja, du bist nicht die Trailer. Ich glaube, ich muss dich jetzt töten. Nicht, wenn er wirklich meiner. Oh, ich komme gerade zu Ende. Geh ne Test? Geh ne Test? Ja, wo ist der Test? Weißt du, ich spiele das nicht so oft da drin, oder? Ja. Ulrich, die haben sich gerade segenseitig getötet. Ich bin im Test. Ey, der eine hat sogar... Ne, es gibt Stärkebögen, wa? Ja. Pass auf, hier stehen ein paar Leute drin. Irgendwer von denen muss definitiv noch Mafiosos sein. War der andere schon im Tester? Ja, war er schon. Okay, steht im Tester, steht sogar drin. Schau mal, wer noch nicht... Leul. Schau mal, wer noch... Oh, Leul. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Okay, die kommt trotzdem so. Ja, vielleicht so als ganz mini-kleine Runde. Egal, dann, ciao. Ciao. So. Ja, wir hatten wir nicht so weitersprechen. Wir sind jetzt auf der Map. Walle, gleich. Die hat noch nie gespielt. Walle, ja. Die sieht gut aus. Ich hab nur ein Holzschwert. Doch, die hab ich... Hab ich die schon mal gespielt? Die eine, bevor ich denke, dass die ist... Nein, ist ne andere. Ich floh für Selbstgespräche. Ach, du bist ja auch noch dabei. Ja. Hallo. Ich bin zwar leicht zu übersehen, aber trotzdem. Und ich bin meiner. Ja, ich bin auch meiner. Glaube ich dir nicht, aber ich bin trotzdem meiner. Jo, ich bin nicht so offen, Mafioso. Ich komme sogar mit dir in den Tester. Okay, ich muss erst meinen Tester finden. Ja, ich kenne die beiden auch nicht, also. Hey, von Tonio ist hier. Ja, ach, ne. Ah, hier ist der Tester. Oh, cool, einer wird im Tester schon wieder gekillt. Das ist natürlich super. Lol, einer killt gerade im Tester, die anderen. Ich werd getötet. WTF? Okay, entweder ist das ein extrem harter Tro... Nein, nein, stellt euch auch nicht vor mir. Vor mich. Vor mir, vor mir. Stellt euch vor mir. Ey, was will dieser komische Dennis-Typ da eigentlich? Der killt gerade alle, die in den Tester reingehen. Du kannst gut bauen. Dann bewirb dich jetzt für das Bauteam. Und auf www.hd.net. Super, ich hab Karma verloren. Jemand killt mich jetzt. Hallo. Hä, ne. Flo? Oh mein Gott, ich war... Ich bin wirklich meiner gewesen. Aber wieso hattest du nur noch... Weil der Typ mich abgeschossen hat. Sag das doch vorher. Nein. Mann, willst du mich eigentlich verarschen? Wahrscheinlich bist du jetzt doch mafioso, dass du mich auch wieder verarscht hast. Nein, ich geh sogar den Tester. Das hieß doch sogar den Tester. Ja, Leute, wenn euch gefällt, dass Flo mich killt, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Oder wenn es euch nicht gefällt, gebt dem Video trotzdem einen Daumen nach oben. Ja, genau. Und auch bisschen Logik. Okay. Aber sonst hätte das Video nämlich nur einen Daumen nach unten. Weil sie alle für mich sind. Ja, egal. Ja, gut, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen in dieser Mini-Runde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. So. Ach so, das hab ich eben schon gemacht. Ach, ne. Egal. Ja, hallo Leute, umkommen zu einer nächsten Runde, mein Mafia. Wahrscheinlich die letzte, weil ich danach keinen Bock mehr haben, wer nach dem Flo mich gerade eben gekillt hat. Ey, das war aus. Steinschwert, gute Voraussetzungen. Ich hab ein Eisenschwert. Beste Ressort. Ich hab auch ein Eisenschwert. Ich hab zwei Eisenschwerte. Cool, dafür möchte ich erstmal finden. Ja, wo bist du? Ich glaub, ich glaub grad irgendwie um die Insel herum rum. Juniko Kralle. Ich hab doch mal, der jetzt ist noch hier Mafiosobin. Oh, Mann, ey. Nein, ich bin meiner. Du bist auch Mafiosobin, beide Mafiosobin. Okay, okay. Ja, okay. Ich hab's auch gar nicht mehr gesehen. Ja, gut, wir sind beide Mafiosobin. Obwohl, weil jetzt dieser Mafiosobin der Tester ist. Ich weiß es auch nicht. Und vor allem, hier laufen viel zu viele Leute rum. Hier kann man niemanden killen. Ich hab gerade einen getötet, ohne dass es einer gecheckt hat. Ich kille gerade einen mit dem Bogen. Nein, ich bin nicht wohl gefütet. Ich war zu okay, geil. Noch einen gekillt und noch einen. Lebst du noch? Jo. Ich hab zwei Mafia-Punkte. Warte kurz, ich geh in den Schock rein. Einer schreibt zu mir. Nosos Cheater Aimboard Hacker. Ach so, nicht zu mir. Ach, die Kanaten kosten natürlich zu viel. Ach, für zwei Punkte kann man sich gar nichts kaufen. Lol. Wusste ich gar nicht. Hä, ich dachte, du hast drei Leute gekürzt. Ey, ich hab's Kanaten, lol. Ja, weil du die wahrscheinlich davor gekauft hast. Kann sein, vielleicht ist das auch dadurch einfach nur rumgeleckt vorher. Okay, da vorne ist ein Traitor und ein Normalo. Und der Traitor verfolgt, glaube ich, gerade den Normalo. Ich geh jetzt mit den Granaten zum Tester und werf die da einfach in die Menge rein. Komm, mach, 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 mach. Shit. Ja, das ist voll die Menge. Hinter dir. Nein, was? Hinter mir war einer. Lol. Du hast den einen sogar runtergeschossen, aber egal. Dann sind wir doch noch bei einer Runde. Mir ist davon keiner gestorben, verdammt. Ich hab da drei Granaten reingeklatscht. Okay, verkackt. Egal, dann bis zum nächsten Mal. So, da sind wir wieder. Jep. Nachdem ich gerade eben ein ziemlich dummes Mafioso hier Scheiße gebaut habe, aber egal. Ich doch auch. Ich werde so schnell bestimmt nicht mehr Mafioso. Ich bin so selten Mafioso. Ich verstehe das nicht. Ich war gerade von irgendwie fünf, sechs Mal einmal Mafioso. Ja, ich... Das dauert es wahrscheinlich wieder fünf, sechs Mal. Oh, das wäre lustig, wenn ich jetzt nochmal Mafioso wäre und du meiner und dich dich töten würde. Diese Kolibium-Map, die mag ich. Ja, meine Lieblings-Map sind Sky-Bioms. Also die hier. Ja, aber vor allem, weil hier hat man einfach diese abgeschiedenen Inseln. Hier Mafioso ist es eigentlich perfekt. Scheinerland und Town. Ich bin immer so so wahrscheinlich. Oh, Mann. Du bist bestimmt Mafioso. Das ist um andere zuvor schon gesagt. Okay, ich komme zum Tester, wenn du willst. Ich bin schon wieder beim Tester angegriffen. Das regt mich so auf. Mich schießt auch schon einer ab. Einfach mal ohne Kommen. Die haben vergessen, die eine Kiste wegzumachen. Ach, das war ein Kaktus. Hier ist ein Mafio. Hier ist kein Mafio. So ein Ding meine ich natürlich. Ein Kommissar mit ein paar anderen Leuten. Hey, da bist du. Hi. Hallo. Warten, du killst mich gleich. Du bist so ein Arschloch. Ich hatte dich nur mit der Hand geschlagen. Du hast dich beinah runtergehauen, Junge. Sorry, Mann. Ich will jetzt in den Tester gehen. Ey, der eine hat eine Kommissarrüstung an. Welcher? Oh, diese komische Ziege, gell? Ey, ich geh doch. Chill dein Leben. Chill dein Leben. Sollen wir diesen Ziege gillen? Ich weiß nicht, weil der hat... Ich weiß auch nicht. Ey, Junge, der tötet mich schon wieder die ganze Zeit. Was ist das für... Ey, der eine Kommissar ist ein Random Killer. Hat der dich umgebracht? Ja. Wer? Dieser eine Kommissar. Ach komm, was für ein Arschloch. Das geht so auf den Sack. Ey, wir kapieren die alle nicht, wie das Spiel gehen oder... Sie kann hier wieder ins Spiel gehen, weil ich fahre sogar wirklich Mafioso, aber ich habe nichts gemacht. Echt jetzt? Das war mir so klar, du wolltest mich vorher runterhauen, gell? Ja. Weil diese komische Ziege einen... Ne, der ist kein Mafioso. Okay, ich spende mal die Aufnahme. So, da sind wir aber jetzt gleich bei Skyvee Jomes. Einer meiner Lieblingsmaps, wie gesagt. Hatten wir nicht eben doch, ja, ne? Ja. Doch, hatten wir auch. Da wurdest du ja gekillt, dass du Mafioso warst, schon wieder. Und mich runterschubsen wolltest. Das war voll assi. Ich habe nicht mal was gemacht und ich wurde getötet. Hast du verdient, wolltest mich runterschubsen. Ja, das hast du auch verdient. Ich hoffe, ich bin nochmal Mafioso und du nicht und ich töste mich. Das wäre so unfair. Das wäre richtig sozial, Alter. Super. Ich habe ja gesagt, ich werde eh nie Mafioso. Und ich bin meiner. Du musst nicht lügen, ich bin auch Mafioso. Du bist nicht Mafioso, da bin ich mir ziemlich sicher. Du bist aber auch Mafioso. Ne. Ich gehe von mir aus gleich einen Tester. Sofort. Ja, gleich, was ich muss nur noch, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich muss mir nur noch kurz das Eisenspäck hier holen, weil ich hatte keinen Fall. Ich muss mich nur noch verspielertöten. Ich muss noch ganz kurz und verspielertöten, ne? Ne, ich komme ja. Ich komme ja. Ey, FabiQ, der Premium ist aber wirklich immer zu Traitor, Alter. Hast du, warum hast du gerade eben den einen Typen getötet? Zwar Traitor. Und ich war es, den Test, 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 den Test. Okay, okay. Ich habe, dass du auch vor mir den Test da gehst. Ja, gleich. Du bist ein schlechter Lügner, weil du hast auch schon gelacht, als ich Dings da gesagt hab, dass du, ähm... Ja, ich weiß, ich hab verkackt, ich hab deinen komischen Trick da zu spät gemerkt. Ich wusste übelst du zum Spray-Tubles, Alter. Du bist aber nicht tot, oder? Nö. Okay. Bitte kill mich nicht. Ja, okay, ich hab dich auch versucht zu töten, also... Aber ich hab schon besser als du. Irgendwie bisher nicht. Warum auch immer die Pfeile grad an mir abprallen. Ja, das versteh ich auch nicht. Bist du verarschen, One-Hit? Bist du tot. Ich hab ne Stärkebogen. Ja, ich hab auch nen Stärkebogen. Dann ist natürlich bitter. Du hast mir One-Hit gegeben, ne? Okay, da hinten kommt jemand. Hannes zockt. Scheiß Trait, Alter. Ja, sorry, ich muss dich machen, du hast mich angegriffen. Ich hab dich gar nicht angegriffen, ich hab nur gesagt, du wirst den Tester gehen. Ja, und da hab ich dich angriffen, daraufhin hast du mich angegriffen, das meine ich damit. Ich hab dich aber mies verraten. Ich glaub, der Trader-Tester ist eh kaputt. Das ist natürlich blöd. Wenn du jetzt Eisenschwert, dann würde ich jetzt durchmetzeln, aber so habe ich Probleme. Du hast doch gesagt, ich muss noch kurz das Eisenschwert aufhören, das war auch geblöpft, war? Ja, ich hab mir nen Stärkebogen aber geholt. Aber ganz geblöpft war's dann doch nicht. Bitte! Nein! So, verdammt! Nein, verdammt! Nein, verdammt! So, da sind wir wieder zurück. Jo, hallo. Hab ganz spät geschart, weil du hier schon nicht mitgezählt hast. Ich lass mir egal. Ja, welche Map? Ich hab nicht aufgepasst. No Name City. Und ich bin hinter dir, du hast nen scheiß Eisenschwert gelaufen. Komm, wir bleiben zusammen, meiner Power. Ja, dann komm mit. Aber wir gehen, wahrscheinlich hast du jetzt Fred, äh, Mafiapässe und hast gerade einen eingesetzt. Ja, ich hab Mafiapässe als Nicht-Premium. Vielleicht hast du vorher ja Premium gekauft. Ja, deswegen ist noch mein Name grün. Ah. Ich bin meiner, fuck. Ach, nee. Wo ist der Tester? Puh, die an. Wollen wir den töten? Äh, ich weiß es nicht. Wollen wir den töten? Ne, ich glaub, wir wollen den nicht töten. Der hat uns auch nicht angegriffen. Okay. Wir suchen einfach mal so ein paar Leute, die einzeln stehen und wenn die uns angreifen, dann wissen wir, dass, äh, Traitor sind. Maffen 99 hat auch nicht, hat auch nichts gemacht. Gut. Da hinten kommt Nougat Nudel, pass auf, der rennt auf uns zu. Ich hab Angst vor dem. Ich weiß nicht, weil, kann sein, dass da hinten der Tester ist und der grad drin war? Weiß ich nicht. Aber er rennt weg, aber ich bezweifle, dass er wirklich... Wieso bleiben die ganze Zeit bei uns? Weiß ich nicht. Hier ist ne Band. Ach, nee. Aber ich glaub, die würden sich trauen, wenn sie zu zweit wären gegen uns beide. Pass auf, Nougat Nudel ist hinter dir und nur zur Sicherheit. Ach, hier ist der Tester. Okay, da kam Nougat Nudel raus, also. Dann bezweifle ich mal, dass hier irgendwie er uns Böses will. Oh cool, der liegt noch stärker Bogen. Oh, nee, normaler Bogen. Lame. Äh... Ich werd'n, du bist Mafioso. Stell dich hier an den Abgrund. Ich will dich runterschubsen. Also an den Fensterabgrund. Hier passiert nichts. Ey, jetzt schufst du mich gleich runter. Ey, wo geht's überhaupt zu den Testereien ohne Spaß? Äh, hier oben geht's rein. Ich bin drin. So. Ähm, na dem LP. Hat grad eben jemanden gehauen. Ich trau den Typen nicht. Aber ich geh jetzt gleich mal in den Tester rein. Na dem LP? Ja, aber ich hatte nur ein Zombie gehauen, also kann auch gut sein, dass er es einfach nur so gemacht hat. Ich bin im Tester. Jetzt werd' grad angegriffen. Und befasst tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Genau. Okay, ich komm' dir zu Hilfe, Flo. Ich komm' dir zu Hilfe. Ich bin schon weit weg. Wenn ich Mafioso wäre, wieso hätt' ich dich denn nicht getötet, als wir beide alleine waren? Ich weiß es nicht. Aber weil die glaub' ich immer, dass du Mafioso bist, wegen irgendwelchen komischen Tricks. Du wirst mich nur verarschen, aber ich renn' dir grad hinterher übrigens. Ich bin cleverer als du. Hallo Mädchen. Lea LP. What the? What the? Nein! Du warst Mafioso, du Arsch. Sie hat dich getötet. Du warst trotzdem Mafioso, du wolltest mich noch killen. Ich hab's gesehen. Ja. Es war mir so klar. Es war so klar. Und ich wusste es ja eigentlich, ich hab' dich trotzdem nicht gekillt. Ja, ich hab' dich auch nicht gekillt. Ich hab' dich nur gekillt, als die dich angegriffen hat und wo du keine Chance mehr hast. Super. Oh Gott. Mann! Nichtsmal töt' ich dich, wenn du dich so komisch verhältst. Ich wusste, dass du nicht angegriffen hast, sondern dass du den Typen angegriffen hast. Es war so klar. Egal. Also dann. Ciao. Zumindest von mir aus. Ich töt' hier grad' alle, ne? Jo. Schön. Oh, ich hab' gewonnen. Jo. Schön. Okay, wir haben dann auch von meiner Seite. Ciao. So. Da sind wir. Zurück. Jo. Guten Tag. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusste, aber ich bin gerade mein Mafia. Oder gleich. Und ich hoffe mal, dass ich diesmal wieder Mafioso bin. Und nicht Flo. Der jetzt irgendwie dreimal hintereinander war, aber deswegen ist stark das... Ich war nicht dreimal hintereinander. Ich war auch dazwischendurch nochmal Kommissar. Und... Einmal so. Was dreimal hintereinander? Alle mal Trater? Nein, einmal nicht. Zweimal... Ne. Was aber Instagram auf jeden Fall schon dreimal oder so. Ich war zweimal... Dreimal Trater, ja. Ich war oft. Von acht Runden. Ja, trotzdem öfters als ich. Ich war zweimal Trater. Ja, und einmal hab' ich... Ne, du warst mehr als ich. Du warst mehr als ich. Ja, ich war einmal mehr als du. Einmal waren wir zusammen. Und die beiden mal waren wir... Ey, wir sind beide Trater. Ich bin meiner. Nein. Doch. Es tut nichts. Komm . Ich gehste auf keinen Test da rein. Wie? Komm wir, du... Alter! Was schon ich behindert? Ja, ich bin behindert! Mw. Hörich. Hörich! Hörich. 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 Hörich, 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 hörich. Hörich. Ich hab nur mit der Hand geboxt. So, du bist definitiv Traitor Deswegen wärst du gerade im Traitor-Tester drin Und hast den Knopf eh nicht gedrückt, sondern ich hab den gedrückt Und ich hab auch wirklich einen schönen Schadensdrank hinterlassen Oh, verfiss dich! Ich hab doch gerade voll über dich drüber geschossen, Junge Verfiss dich Ich trau dir schon wieder nicht Ich schmeiß dich gleich hier an der Insel runter Ne, aber wenn du Traitor wärst, dann würdest du mir gerade nicht vertrauen Und dann würde, oder Ja, dann Doch, dann würdest du mir vertrauen Und darauf setzt du dich, wenn ich nicht runterschieße Ich hab dich nicht abgeschossen, das weißt du Du, wo hattest du aber? Nein, ich hab da hingeschossen, viel weiter oben Alter, bist du eigentlich behindert? Okay, jetzt, jetzt bedeutet das Krieg Wenn du wieder 20 Punkte verlieren willst Das ist mir scheißegal, ganz ehrlich Du hast mich gerade eben abgeschossen, du Arsch Du bist sowas von Papioso Nein, ohne Spaß, ich geh in den Tester Und Junge Allwahl Okay, 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 wir gehst bei den Tester, okay? Um zu beweisen, bevor ja wirklich noch irgendwas passiert und irgendwer kamer verliert Ich hab 5x15 und die möchte ich nicht verschwenden Wir gehst bei den Tester, du folgst mir in geregeltem Abstand von mindestens 20 Blöcken, okay? Aber ich kann auch mit Bogen weiter schießen Wie viel Leben hast du? Ist mir egal Ähm, fast voll wieder, du schießt auf mich Ich schieß auch gleich auf dich und du hast dich eh nicht mehr ganz voll Doch Du holtest das so Ich hab noch ein halbes Herz Ich chill erstmal, Junge Wir gehen beide in den Tester Warte wenigstens, bis ich volles Leben hab, Alter Nein, du gehst Okay, der eine Typ ist Traitor, der schießt mich ab, der hat mich im Traitor-Tester getötet gleich Okay, der hat mich gekillt, so ein Arschloch Kill den mal und schau, ob er Traitor ist Ey, da sind keine Mafiosen, da sind keine, ähm, komm, sagst du mir Ach ja, und ich bin nicht mein, äh, ich bin nicht Traitor Ja, ach nee, schau, der Typ, der mich gar nicht gekillt hat Junge, also ich glaub, die sind alle 5, die verfolgen mich alle Junge, du solltest ja auch den kill, der mich gar nicht gekillt hat Junge, das sind 5 Stück Bam, 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 bam Was auf, Junge Nein, das sind alles Traitor Ach du heilige Scheiße Es waren 5 Traitor Standen alle im Tester rum, what the fuck Und wir bekriegen uns gegenseitig Jetzt hab ich versucht, nochmal eine Runde zu spielen, weil es einfach so scheiße war Ja, wir bekriegen uns gegenseitig Egal, okay, dann, ciao Ciao